Hi, ich bin Develin Chopp, ich bin qualifiziert für Rio, bis 52 kg im Judo. Für eine optimale Vorbereitung für die Spiele bin ich angewiesen auf gute Sparringpartner, auch vor Ort in Rio. Durch das bin ich auf der Suche nach finanziellen Mittel, damit ich mir das ermöglichen kann. Ich würde mich mehr freuen über die Unterstützung von meinem Projekt. Es gibt auch coole Preise bzw. Gegenleistungen. Z.B. den offiziellen Koffer aus der aktuellen Swiss Olympic Collection vom Ochsenersport, vor dem Video zu gesehen. Ich danke für mich, dass du mich unterstützt auf dem Weg nach Rio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.